Die Bank Norwegian Kreditkarte bietet ähnlich gute Konditionen wie die beliebten Visa-Karten von Barclays, Hanseatic Bank und TF Bank. In einigen Bereichen bietet sie sogar noch mehr Vorteile. Lohnt sich die Bank Norwegian Kreditkarte also? In diesem Video stellen wir dir die Visa-Kreditkarte im Detail vor. Wir zeigen dir die Vorteile, aber auch die Nachteile. Am Ende sagen wir dir, ob sich die Karte für dich lohnt. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann würden wir uns selber einen Like von dir freuen. Die Bank Norwegian ist in Deutschland nicht so bekannt und ist aus dem deutschen Markt auch erst seit 2021 präsent. Gegründet wurde die Bank aber bereits im Jahr 2007 in Oslo. Sie war für die Ausgabe einer Kreditkarte für das Reward-Programm der Norwegian Air Shuttle Low-Cost Airline zuständig. Mittlerweile ist sie nicht nur in Norwegen, sondern auch in Schweden, Dänemark, Finnland, Spanien und eben auch Deutschland aktiv. Wie gut die Norwegian Bank Kreditkarte wirklich ist, das zeigen wir dir jetzt. Legen wir los. Die Vorteile der Bank Norwegian Kreditkarte Vorteil Nummer 1. Es fallen keine Jahresgebühren an. Die Visa-Karte der Bank Norwegian bekommst du kostenlos. Es fallen also keine monatlichen oder jährlichen Gebühren an. Nicht im ersten Jahr und auch nicht in den Folgejahren. Dafür musst du auch keine Bedingungen erfüllen. Es gibt keinen Mindestumsatz oder ähnliches. Vorteil Nummer 2. Startguthaben. Bei der Bank Norwegian gibt es aktuell eine Startguthaben-Aktion. Insgesamt kannst du 30 Euro erhalten. 15 Euro Guthaben befinden sich auf der Karte, wenn du sie bekommst. 15 weitere Euro erhältst du, wenn du innerhalb von 4 Monaten nach Erhalt eine Einzahlung auf das Kreditkartenkonto tätigst oder einen offenen Saldo teilweise oder ganz ausgleichst. Ob es die Startguthaben-Aktionen noch gibt, wenn du das Video siehst, erfährst du unter dem Link unter dem Video. Vorteil Nummer 3. Sie ist eine echte Kreditkarte. Die Bank Norwegian Kreditkarte ist eine sogenannte Revolving Card. Bei diesen Karten erhältst du einen Kreditrahmen. So werden alle Zahlungen eines Monats gesammelt und dann einmal monatlich abgerechnet. Bei der Rückzahlung des aufgelaufenen Saldos hast du die Wahl zwischen einer Teilrückzahlung oder der Vollrückzahlung. Zahlst du den Saldo jeden Monat komplett zurück, bleibt der genutzte Kreditrahmen zinsfrei. Wenn du ihn stattdessen in Raten über mehrere Monate hinweg zurückzahlst, werden Zinsen berechnet. Wie hoch die Zinsen für die Teilrückzahlung sind, erfährst du gleich. Vorteil Nummer 4. Weltweit kostenlos Geld abheben. Bargeldabhebungen sind mit der Bank Norwegian Kreditkarte in Deutschland und weltweit kostenlos. Dafür kannst du jeden Geldautomaten mit Visa-Zeichen nutzen. Das sind mehr als 97% aller Automaten. Bei der Norwegian Bank fallen weder Auslandseinsatz- noch Fremdwährungsgebühren an. Wie immer gilt aber, dass Automatenbetreiber im Ausland eigene Gebühren berechnen können. Darauf hat deine Bank keinen Einfluss und erstattet sie daher auch nicht. Sehr verbreitet ist das zum Beispiel in den USA. Zahl in solchen Ländern möglichst mit der Karte und nicht mit Bargeld, um diese Gebühren zu umgehen. Vorteil Nummer 5. Kein Mindestabhebebetrag. Bei den meisten Kreditkarten wird eine Mindestsumme für Bargeldabhebungen gefordert. Die beträgt in der Regel 50 Euro. Bei der Bank Norwegian Kreditkarte ist das nicht nötig. Du kannst auch geringere Beträge kostenlos abheben. Vorteil Nummer 6. Kartenzahlungen sind weltweit kostenlos. Auch bei Zahlungen mit der Visa-Karte werden keine Auslandseinsatz- oder Fremdwährungsgebühren berechnet. Du kannst sie weltweit kostenlos für Kartenzahlungen nutzen. Da es sich um eine echte Kreditkarte handelt, kannst du sie auch bei Autovermietungen und in Hotels problemlos einsetzen. Mit Debitkarten kann es dort manchmal zu Problemen mit der Akzeptanz kommen. Vorteil Nummer 7. Zinsweiß Zahlungsziel von bis zu 45 Tagen. Einmal im Monat erhältst du die Abrechnung mit allen Zahlungen und Abhebungen und du hast dann zwei Wochen Zeit, sie auszugleichen. Dein zinsweiß Zahlungsziel beträgt so bis zu 45 Tage vom Kauf bis Zurückzahlung. Vorteil Nummer 8. Lastschrifteinzug ist möglich. Mittlerweile bietet die Norwegian Bank auch den Lastschrifteinzug vom Girokonto für den Ausgleich an. So kannst du keine Frist mehr verpassen. Vorteil Nummer 9. Guthabenaufladung ist möglich. Wenn du eine größere Ausgabe mit der Karte planst, die deinen eingeräumten Kreditrahmen übersteigt, kannst du ganz einfach vorab Geld auf die Karte überweisen und so den Verfügungsrahmen erhöhen. Vorteil Nummer 10. Die Visa-Karte ist kontounabhängig. Du kannst die Bank Norwegian Kreditkarte mit jedem beliebigen Girokonto nutzen. Eine Kontoeröffnung bei der Bank Norwegian ist nicht nötig. Vorteil Nummer 11. Mobiles Bezahlen ist möglich. Mit der Visa-Karte der Bank Norwegian hast du eine große Auswahl an mobilen Bezahlmöglichkeiten. Hier gibt es nicht nur Apple Pay und Google Pay, sondern auch Garmin Pay und Fitbit Pay. So kannst du praktisch jedes Smartphone und jede Smartwatch zum Bezahlen nutzen. Egal welchen der Zahlungsdienste du verwendest, die Nutzung ist kostenlos für dich. Vorteil Nummer 12. Kontaktloses Bezahlen ist möglich. Die Karte ist mit einem NFC-Chip ausgestattet. Du kannst sie also ebenfalls direkt zum kontaktlosen Bezahlen nutzen. Für Kartenzahlungen von bis zu 50 Euro ist keine PIN und keine Unterschrift nötig. Vorteil Nummer 13. Kostenloses Versicherungspaket inklusive. Die Bank Norwegian Kreditkarte kommt mit einem Paket an kostenlosen Reiseversicherungen. Enthalten sind eine Reisekrankenversicherung, eine Reiserücktrittskostenversicherung, eine Gepäckversicherung, eine Gepäckverspätungsversicherung und eine Reiseunfallversicherung. Die Versicherungen werden aktiviert, wenn du mindestens 50% der Reise mit der Bank Norwegian Kreditkarte bezahlt hast. Der Schutz gilt für dich und deine Familie oder bis zu drei Mitreisende und für Reisen bis zu 90 Tagen. Es gilt jeweils eine Selbstbeteiligung von, im Vergleich mit anderen Kreditkarten, günstigen 70 Euro. Nachteile der Bank Norwegian Visa Kreditkarte Neben den vielen Vorteilen gibt es aber natürlich auch bei der Bank Norwegian Visa Karte Nachteile. Und die zeigen wir dir jetzt. Nachteil Nummer 1 Hohe Zinsen bei der Teilzahlungsfunktion Wenn du den Saldo aus der monatlichen Abrechnung nicht in einer Summe, sondern in Raten zurückzahlst, werden Zinsen berechnet. Der aktuelle effektive Jahreszins beträgt dabei 19,55%. Der Sollzins 17,99% per annum. Zahle also am besten immer komplett zurück, um die Zinsen zu vermeiden. Nachteil Nummer 2 Keine Kryptowährungen Der Kauf von Kryptowährungen ist mit der Bank Norwegian Kreditkarte nicht möglich. Einzahlungen mit der Karte auf Kryptobörsen werden also abgelehnt. Die Vor- und Nachteile noch einmal kurz zusammengefasst. Die Vorteile Keine monatlichen oder jährlichen Gebühren Startguthaben Echte Kreditkarte mit Kreditrahmen Weltweit kostenlos Geld abheben Es gibt keinen Mindestabhebebetrag Kartenzahlungen sind weltweit kostenlos Langes zinsfreies Zahlungsziel Lastschrifteinzug ist möglich Guthaben aufladen ist möglich Du kannst ein bestehendes Girokonto nutzen Mobiles Bezahlen mit Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay und Fitbit Pay möglich Du kannst kontaktlos bezahlen Und es sind Reiseversicherungen inklusive Die Nachteile Die Zinsen bei der Teilzahlungsfunktion sind hoch Und man kann keine Kryptowährungen mit der Karte kaufen Lohnt sich die Visa-Kreditkarte der Bank Norwegian? Unsere Bewertung Schon beim Start in Deutschland gehörte die Kreditkarte zu den besten Karten in Deutschland In den letzten Monaten wurde sie dann noch weiter verbessert Und um den Lastschrifteinzug, Guthabenaufladung und das Startguthaben ergänzt Das kostenlos enthaltene Reiseversicherungspaket für das In- und Ausland Bietet hohe Deckungssummen bei einer niedrigen Selbstbeteiligung Und ist besser als die Reiseversicherungen mancher kostenpflichtiger Kreditkarten Zudem ist die Karte weltweit kostenlos einsetzbar Es fallen weder Auslandseinsatz noch Fremdwährungsgebühren an Mit diesem umfangreichen Leistungspaket ist sie aktuell die wohl beste kostenlose Kreditkarte in Deutschland Für den Allround-Einsatz Einen Link findest du wie immer unter dem Video Wenn dir das Video zur Bank Norwegian Kreditkarte gefallen hat Würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen Hast du noch Fragen zur Karte oder einen Video-Wunsch? Dann schreib uns einfach in den Kommentaren Wir beantworten sie gern Und wenn du kein Video mehr verpassen möchtest Dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal